In dieser Aufnahme geht es um SQL-Injection-Angriffe. Also gucken wir uns zunächst einmal an, wie heutzutage sehr häufig Konfigurationen von Web-Servern sind. Also wir haben jetzt hier einen Web-Server, zum Beispiel einen Apache-Web-Server, und die Web-Applikation, die da ausgeführt wird, die ist mit PHP geschrieben, beispielsweise, das ist der typische Fall, könnte aber auch jetzt hier irgendwie eine andere Sprache sein, und man hat dann den Datenbanktreiber. Mit dem Datenbanktreiber wird hier auf das Datenbanksystem zugegriffen, und das könnte jetzt hier zum Beispiel ein MySQL-Datenbanksystem sein, es kann aber auch eine andere SQL-Datenbank hier beispielsweise sein. So, dann greift jetzt hier ein Nutzer mit seinem Web-Browser auf diesen Web-Server zu, guckt sich die Webseiten an, und das ist jetzt halt eine dynamische Webseite, die erst dann konstruiert wird, wenn der Nutzer die tatsächlich haben will. Also greift der Web-Server dann auf die Web-Applikation zu. Die Web-Applikation verwendet den Datenbanktreiber, formuliert eine SQL-Anfrage, das Datenbanksystem antwortet dann entsprechend mit einer SQL-Antwort, die Web-Applikation verarbeitet das, gibt eine entsprechende Antwort zurück an den Web-Server, und der Web-Server liefert das Ganze dann auch an den Nutzer, beziehungsweise dessen Web-Browser aus. So, die Angriffsmöglichkeit SQL-Injection besteht jetzt darin, wenn man jetzt gewisse Eingaben durch den Nutzer machen lässt, und der Nutzer, ja, der verhält sich dann aber nicht so, wie man das sich vorstellt, dass der da einfach nur irgendwelchen Text eingibt in Felder, sondern der Nutzer oder beziehungsweise Angreifer versucht jetzt direkt, irgendwelche Datenbankbefehle abzusetzen. Also diese SQL-Injection ist der typische Fall, weil man sehr viele SQL-Datenbanken heutzutage verwendet, aber auch die, ja, in letzter Zeit immer mehr aufkommenden NoSQL-Datenbanken sind davon nicht gefeit. Also wenn der Durchgriff auf die Datenbank, auf eine NoSQL-Datenbank in vergleichbarer Art und Weise erfolgt, sind die Gefahren in ähnlicher Weise gegeben. Also gucken wir uns jetzt hier mal das Beispiel an. Also hier hätten wir jetzt eine Webseite und da ist jetzt so ein Feld hier, Login und Passwort, wo da angenommen wird, okay, hier gibt jetzt ein Nutzer halt einfach seinen Nutzernamen und sein Passwort ein. Jetzt ist es allerdings so, dass jetzt in dem Fall dieser Angreifer hier zwar irgendeinen Nutzernamen eingibt, danach aber dann hier so zwei Bindestriche macht. Und Bindestriche, die bedeuten bei SQL, dass der Rest dann ein Kommentar ist dann. Das heißt, wenn man sich hier das mal anguckt, diese Anfrage hier, die dann formuliert wird, also Select-Sternchen, also sozusagen alle Spalten hier auswählen, aus der Nutzertabelle, wo jetzt der Login gleich dieser Variable, die hier ausgelesen wird und das Passwort gleich dem Passwort ist, dann wird das halt an der Stelle zu diesem Username hier ersetzt. Also Username und dann die zwei Bindestriche und das bedeutet dann, der Rest hiervon, der wird zum Kommentar, der wird quasi nicht mehr ausgewertet. Das heißt, die Passwortprüfung, die findet hier nicht mehr statt dann. Ja, sodass man sich hier auch ohne das Passwort zu kennen, wenn man nur Nutzernamen irgendwie kennt, dann das Ganze machen kann. Und eine andere Möglichkeit wäre jetzt hier folgendes, dass man das Zeichen, das Semikolon hier missbräuchlich verwendet und das Semikolon bei SQL bedeutet, das ist der Abschluss einer Anfrage und eine weitere Anfrage, die macht man auch dahinter. Das heißt, hier bei der Website, da kann man jetzt hier irgendwie feststellen, sind da irgendwelche Waren an irgendwelchen Orten vorhanden. Dann wird hier jetzt aber bei der Ortseingabe zusätzlich solcher SQL-Code hier eingegeben, also eine komplette SQL-Anfrage. Es könnte natürlich jetzt sein, dass man hier ein bisschen rumprobieren muss, weil man ja nicht genau weiß, wie heißt diese Tabelle hier. Aber normalerweise, wenn das irgendwelche sprechenden Namen sind, dann wird man das relativ schnell hier herausfinden können. Und das ist sozusagen nur eine Möglichkeit, dass man hier zusätzlich irgendwas ausliest. Hier zum Beispiel alle Einträge in der Nutzertabelle, wo ja vielleicht auch die Passwörter mit drin sind. Ja, man kann auch ganz andere Befehle machen, dass man hier einen SQL-Befehl Droptable macht. Damit würden dann Inhalte hier in der Datenbank gelöscht da. So, ne? So, ne? So, ne? So, ne? So, ne?